Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Banjo-Kazooie. Ja, wir haben bereits in der letzten Folge waren wir hier in... Boah, ich weiß leider nicht, wie die Map heißt auswendig. Gebe ich langer, komischer Name auf jeden Fall. Wir werden jetzt einmal hier weitermachen. Wir haben bereits 5 Brustelteile, haben eine Honigwabe gefunden, eine goldene. Das heißt, eine goldene Honigwabe fehlt noch 50 Noten, brauchen wir noch. Und, naja, da kommen wir nur als Krokodil rein. Aber wir können, glaube ich, können wir die Zähne wegmachen? Ich glaube, ja, oder? Nee, können wir nicht. Zähne wegmachen wir, glaube ich, bei der letzten Map kann das sein. Ich glaube, ja. So, wir müssen mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns momentan. Haben wir... Nee, wir sind sogar voll momentan. Okay. Wir sind bereits einmal gestorben in der letzten Folge. Das wird jetzt öfters vorkommen. Denn es ist tatsächlich so, dass es immer schwerer und schwerer wird, das Ganze. So, da hinten sind goldene Federn. Ah, guck mal, da ist auch noch was. Und da hinten müsste dann auch der Mumbo-Schädel sein. So, einmal da ran. Da haben wir jetzt unter anderem mal die Noten. Und die Chintosh brauchen wir auch noch komplett. Da haben wir momentan, glaube ich, nur den gelben. Da ist auch wieder ein Fröschchen. Oh, sehr schön. So, langsam komme ich ein bisschen in Übung wieder. Es ist auch tatsächlich so, ich habe jetzt relativ viel World of Warcraft momentan auf meinem Kanal. Leute, die meinen Kanal verfolgen, werden es wissen. Und deswegen bin ich leider tatsächlich nicht mehr dazu gekommen, jetzt N64-Aufnahmen zu machen. Es war jetzt auch eine relativ lange Pause. Sorry dafür übrigens. Für die Leute, die es doch gucken. Es sind allerdings relativ wenige, die Benji und Kazuhi sich auf meinem Kanal angucken. Ist zwar schade, weil es wirklich ein geiles Game ist. Aber ich kann es auch verstehen, es ist halt schon in die Jahre gekommen. Aber es macht tatsächlich extrem viel Spaß, nach wie vor zu spielen, das Spiel. Das hier überhaupt für ein... Achso, das ist das Krokodil von hinten. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Berg? So, wir heben uns... Ne, die heben wir uns auf jeden Fall auf, die Honigkörbe. Denn wir werden tatsächlich noch einige Level brauchen. Den heben wir uns auch mal auf. Hier kommen wir als Krokodil raus. Hier hinter befindet sich der Mumbo-Schel, wo wir uns in den Krokodil verwandeln können. Und dann können wir auch durch den Sumpf nämlich spazieren, unter anderem. So, wichtig, auch hier die Noten einsammeln. Ich würde gerne die Welt auch zu 100% abschließen. Allerdings ab jetzt wird es dann echt schwierig, so langsam mit 100% jede Welt abzuschließen. Bis jetzt haben wir es ja ganz gut geschafft. Aber es bleibt oder wird jetzt echt knackig, das Ganze. Sehr gute Bestleistung haben wir übertroffen. Okay, das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir haben eine neue Bestmarke gesetzt. Ich würde ganz gerne die 100% wieder erreichen. Übrigens auch relativ unübersichtlich. Man kann hier die Kamera nicht drehen. Ah ja, und der Spaß. Hier ist nochmal so... Also es gibt in dieser Welt zwei dieser Schalter. Hier erscheint das Puzzleteil auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn man hier runterfällt, hat man verschissen. Und dann darf man den ganzen Mist hier nochmal machen. Das ist das bekloppteste Puzzleteil, was es gibt. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht probieren. Es ist echt scheiße, weil man kann hier die Kamera auch nicht drehen. Wir machen erstmal was anderes. Ah, guck mal da. Äh, ich habe die nicht eingesammelt. Ich war mal nicht sicher, dass ich die... Okay. Egal. Ich war mal nicht sicher, dass ich die mitgenommen habe. Aber gut. Also man muss dann jedes Mal diesen blöden Irrgarten auch letztendlich erledigen. Jetzt haben wir ein bisschen... Wir sind tatsächlich... Ah ne. Hä? Wir sind falsch. Man wird übrigens, was auch sehr, sehr geil ist, man wird in diesem Sumpf, wird man langsam. Wir sind falsch gelaufen, wir müssen da lang. Äh, man wird langsamer im Sumpf und wird dann dauerhaft von den Piranhas aufgefressen. Ist sehr, sehr cool übrigens. Man verliert unglaublich viel Energie in dieser Welt. So, übrigens, man kann leider auch keine Attacken machen. Was auch natürlich super ist, wenn man hier verfolgt wird. Mit den Stiefeln kann man keine Attacken machen, man kann nicht ausweichen. Und man kann nicht treffen, weil ich nur die Kamera von oben habe und nicht sehe, wo ich hinfliege. Ah, es ist ein... Es ist eine wahre Freude. So, übrigens mit goldenen Federn... Ich hätte vielleicht die goldenen Federn verwenden sollen. Ah, natürlich. Selbstverständlich. Normalerweise ist auch in den Augen teilweise noch einer drin. Da muss man auch aufpassen. Oder mal ein Puzzleteil. So, 10 Stück, wir haben 22. Das ist nicht das große Problem. Guck mal, hier kann man auch wieder... Man kann auch wieder nach oben gehen. Eigentlich jedes Mal und findet dann hier normalerweise auch... Ah, guck mal. Die zweite Honigwabe. Die leere. Aber hier. Die nehmen wir logischerweise auch mit. Ist allerdings auch wieder... Man zieht halt echt nicht, wo man hinfliegt. So, wir haben wieder beide sehr schön. Ist echt nicht einfach. Guck mal, was ist denn da? Ah, 23. So. Ohne Text diesmal. Du Sand. Ah doch, jetzt. Äh, du warten. Ich brauche eine neue Handtasche. Mumbo. Mumbo nur machen kleinen Spaß. Hihi. Alles klar. Wir sind jetzt ein Krokodil. Das heißt, wir können jetzt durch den Zumpf laufen, ohne dass wir von den Piranhas angegriffen werden. Äh, wir haben tatsächlich auch eine Attacke. Wir können schnappen mit unserem, äh, mit unserem Bäulchen. Wir können jetzt allerdings nicht das Puzzleteil leider hier machen. Da wir keine Attacke haben, um den Schalter auszulösen. Ich bin mal gespannt. So würde ich es... So würde ich es tatsächlich schaffen. Als... Okay, oder auch nicht. Oh, so wäre es auch schaffbar. Äh, ist da hinten irgendwo... Ist da noch was? Man muss auch tatsächlich hier durch die Gegend laufen, denn es ist leider auch so, dass teilweise das Zeug... Ich würde es nicht die Spawn nennen, aber nicht angezeigt wird. Äh, beispielsweise jetzt hier hinten, da müssen noch, glaube ich, Noten sein. Unter anderem. Oder? Ja. Die werden jetzt angezeigt, wenn wir in der Nähe sind. Das ist ein... Ist ein kleines Problem. Das war damals halt beim N64 leider so. Da Banjo Kasui wirklich, äh, alles aus dem N64 rausgeholt hat. Beziehungsweise eigentlich sogar mehr, als es damals vorgesehen war, an Grafik rausgeholt hat. Man möchte es kaum glauben. Deswegen ist es ein bisschen schwierig mit der Anzeige. Deswegen haben wir teilweise diese Fehler einfach drin. So, wir können jetzt in das Krokodil rein. Da wartet ein oder zwei Minigames, glaube ich, auf uns. Ich würde aber tatsächlich, glaube ich, sogar erst die Noten einsammeln wollen. Weil wir auf dem Rückweg eh wieder zum Mumbo müssen, um uns zurückzuverwandeln. Wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, sogar. Guck mal, ist hier hinten noch irgendwas? Gerne ist hier auch irgendwo mal noch ein Mumbo-Schädel versteckt. Wir haben zwar auch noch genug, aber würde echt gerne die 100% halten. So, guck mal hier, die goldene Feder können wir uns jetzt hier auch holen, auf jeden Fall. Wir müssen einmal überall durch die ganze Map am besten eigentlich durch. Na. Weiter hoch kommen wir auch. Sehr schön. Neue Bestleistung. Da müssen wir nicht entlang. Hinter dem Ai-Bag, glaube ich, aber auch ein Chinjo. Hatten wir in der letzten Folge. Genau, und Noten sowieso. Wir müssen echt... Ne, nur Noten, tatsächlich nur. Wir müssen tatsächlich überall lang. Allerdings bin ich zuversichtlich, dass wir vielleicht doch die Welt zu 100% clearn können. Wenn ich nicht nochmal zwischendurch sterben sollte. Ich habe keine Lust, nochmal alle Noten einzusammeln. Das ist echt immer nervig. Bei Benjotool übrigens, den zweiten Teil, ist es anders. Da sind die Noten, die man eingesammelt hat, werden sich gemerkt vom System. Und man muss dann letztendlich nur die einsammeln, die man noch nicht eingesammelt hat. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. Na, guck mal, die goldene Feder nehmen wir auch mit. Wir werden es wahrscheinlich brauchen, nämlich. Wenn wir mal wieder nach unten fallen in den Zunft, ist es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, sich den Schutzpanzer zu nehmen. Haben wir hier noch was. Rote Federn. Haben wir noch ein Leben. Ah, komm, das Leben holen wir uns auf jeden Fall noch. Eier. Ah, der Chinchung, genau. Den brauchen wir auch noch. Eier brauchen wir nicht. So, drei von fünf. Ich höre da tatsächlich, das ist ein Stiefel auf der Schildkröte, glaube ich, oder? In der Schildkröte selbst haben wir bereits alles mitgenommen. Da müssen wir eigentlich so weit fertig sein. Oben müssen wir noch lang. Ja, das weiß ich. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal lang. Da haben wir rote Federn, die brauchen wir nicht. Weil jetzt kommt man dementsprechend hier unten lang. Dann haben wir hier noch einen Chinchung. Die Frage ist, wo der andere ist. Wir müssen auch nochmal ganz nach oben hier, weil da oben auch Noten waren. Wir müssen noch aufpassen. Oh, guck mal hier, zwei Mumu-Schäde tatsächlich sogar. Äh, die Kreis, also wir werden trotzdem von den Gegnern angegriffen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, guck mal, und Benchu-Leben haben wir hier auch noch umliegen. So, wieder vier. Sehr schön. 76 Noten haben wir. Äh, da fehlt noch Noten. Ja, die nehmen wir auch logischerweise noch mit. Müssen wir uns dann nochmal ganz genau umgucken, dass ich alles eingesammelt habe. Haben wir da alle? Eigentlich nehme ich am Ende eine Note vergessen, aber ich glaube, ja. 80 ist immer, es sind normalerweise immer, ähm, ja, ganze Zahlen, beziehungsweise. Nein, jetzt stehe ich aber voll auf dem Schlauch. Mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall sind es normalerweise ganze Zahlen, nicht irgendwie so 81, sondern wenn, dann sind es 80 oder 82 oder, äh, normalerweise 85, 5er-Schritte sind es, glaube ich. Wir gehen mal rein und machen mal da die Quest. Ich hoffe, dass hier auch noch irgendwo, ah, guck mal, da drehen wir auf jeden Fall auch noch Noten. So, hier müssen wir jetzt Krokodile besiegen und zwar, ah, guck mal, noch einen Mundschädel. Ah, und hier auch nochmal durch das andere Nasenloch. Kommt mal auch wieder raus. Wir können uns übrigens, oh, ich kann mich nicht umsehen in... Ah, und die Kamera kann ich auch nicht drehen. Oh Gott. Ah, guck mal, das sind Schnelllaufschuhe, die wir gar nicht anziehen können. Hallo, ich bin Mr. Philly. Okay, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne einen Preis. Lass mich raten. Drücke A, um zu spielen. Oder B, wenn du die Hosen wollerst. Ah. Das Spiel ist einfach. Futter mehr rote Jungplis als ich. Fertig. Drei, zwei, eins. Los. Okay. Aber wir müssen tatsächlich, äh... Okay, wir müssen tatsächlich wehdrücken jedes Mal, wenn wir so ein Vieh vor uns haben. Ich habe gedacht, man muss einfach nur drüber laufen. Ne, muss man nicht. Übrigens eine gute Taktik ist, ihm das Zeug hier vor der Nase wegzuschnappen. Das heißt, immer tatsächlich bei ihm zu bleiben. Das Problem ist, er darf da nicht vor uns sein. Aber so kann man ihm dementsprechend ein bisschen zu vorkommen. 16 20 21 11 27 zu 24 Er wird schneller 30 zu 28 Gott! Ich hasse diese Minispiele. Kräh, du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Futtere die roten Jungplis und meide die gelben Krumplis. Fertig? 3, 2, 1, go! Okay, wir müssen es tatsächlich so machen. Wir müssen... Wir müssen schauen, dass wir bei ihm in der Nähe bleiben. Und eine Möglichkeit, dass wir ihm die roten, ja, vom Maul wegschnappen. Ah! 9 zu 6 Ja, das Problem ist... Wir müssen sie ihm wegschnappen, sonst wird das nichts. Nein, da kommt man nicht... Ah! So, 20 Das Problem ist, er würde am Ende, würde er nochmal, äh, ordentlich schneller 26, 21 Boah, Gott sei Dank, wir haben kein gelbes erwischt. Pa, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die... Boah, letzte Runde. Schnapp dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig? 3, 2, 1... Oh, Gottes Willen. Es ist echt schwierig. Rot. Übrigens, es kann jederzeit wechseln. Das heißt, wenn wir gerade am Schnappen sind, beispielsweise, kann das von Rot auf eine andere Farbe wechseln. Gelb beispielsweise jetzt. Und dann kriegt man dementsprechend halt Linus abgezogen. Wo ist er denn? Ah, jetzt wieder Rot. Da ist ein Gelber. 12, 13 Hammer. 14 Ja, das war ein Gelber. Das kostet Zeit. 18 Gelb. 20, 20 Was ist passiert bei Gleichstand? Verlier. Darf ich den ganzen Biss jetzt nochmal machen? Der wunderbare Mr. Filly hat gewonnen. Jetzt geht es dir an den Kragen, Kleiner. Nein, nochmal. Du traust dich noch einmal her. Drücke A, um zu spielen, oder B, um zu Mami zu rennen. Wir spielen das letzte Spiel noch einmal. Okay, Gott sei Dank. Futter nur, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Okay. Das war leider gerade schon die falsche Richtung. Er zählt noch. So, 10 zu 7. Es ist übrigens auch sinnvoll, nicht unbedingt am Rand zu laufen. Wobei, ich gebe Tipps, der gerade noch versagt. Ja, der gerade noch versagt hat. Nein. Boah, das werden wir wieder verlieren. 18 zu 16. Er war gut. 21 zu 21. 24 zu 22. Gott sei Dank. Wir haben es gepackt. Alter. Aber ich habe noch nie verloren. Du sollst eine Belohnung haben. Gott sei Dank. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten drei Spiele gewinnen, um drei extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eines deiner Leben. Drücke A, um zu spielen. Drücke B, um die Fliege zu machen. Wir machen die Fliege. Ich brauche kein extra Leben. Du scheinst ein echter Hasenfuß zu sein. Sieh zu, dass du lange wirst. Ja, ja. Komm, lass mich in Ruhe. Das war jetzt schwer genug. Die Minispiele haben es mega in sich. Ich kann nur jedem mal raten, er soll es mal selber ausprobieren. Es ist echt nicht einfach. Okay, waren wir jetzt bereits überall und haben alles, was am Boden liegt, eingesammelt? Ich glaube, ja. Guck mal, da waren wir. Da waren wir. Ich glaube, wir können bereits wieder zurück, oder? Wir gehen einmal auf jeden Fall noch nach oben und gucken uns da nochmal um, ob wir jetzt Korokdin noch irgendwas machen müssen. Beziehungsweise, wir haben auch noch die eine oder andere Note, die wir einsam müssen. Wir haben jetzt noch zwei Puzzleteile, die wir so einfallen, also die durch die Schalter. Die wirklich aber auch extrem schwierig zu machen sind, finde ich. Hier wieder ein Schädel, 17 wieder. Reicht auf jeden Fall. 15 brauchen wir, glaube ich, für die nächste Verwandlung, wenn wir in der nächsten Map dementsprechend sind. Wenn man hier übrigens Zeit hat, um die Kamera zu drehen, geht es eigentlich. Wenn man allerdings die Zeit nicht hat, ist es echt schwierig. Ah, guck mal hier. Der grüne Jinjo, dann haben wir das, glaube ich, auch. Dann sind es, glaube ich... Ne, es sind dann nur noch die Schalterquests, glaube ich, tatsächlich. Die drei haben wir ja... Sieben haben wir erst. Das heißt, es fehlt... Irgendwo fehlt noch was. Ach, die Krokodile. Richtig mit den Eiern. Plus die zwei Schalter. Und fünf Noten, na toll. Ah, das sind die fünf Noten. Oh. Ah, okay, wir kriegen... Ja, wir kriegen auch Fallschaden übrigens. Als Krokodil, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, es sind tatsächlich die fünf Noten oben bei der Sprungplatte. Wir erinnern uns, die hatten wir jetzt im zweiten Anlauf noch nicht. Und es sind diese zwei Puzzleteile mit dieser Geschicklichkeitsquest, die wir noch brauchen. Okay, werden wir jetzt mal probieren. Ich bin ehrlich, wenn ich das mit der Geschicklichkeit nicht hinkriege, ich werde es jetzt noch ein, zwei Mal probieren, werde ich es höchstwahrscheinlich lassen. Denn es ist wirklich mega, mega nervig und anstrengend. Wenn man das nicht hinbekommt. Man kann es ewig probieren. Irgendwann klappt es garantiert mal. Wenn ich es 20.000 Mal probiere, wird es wahrscheinlich beim 19.999 Mal funktionieren. Allerdings sonst eher nicht. So, einmal bitte wieder... Einmal bitte zurückverwandeln. Übrigens, zurückverwandeln, draufstellen, B drücken, wird man zurückverwandelt. So, okay. Also, wir haben noch die Krokodile, die wir mit den Eiern... Oder das goldene Krokodil, was wir mit den Eiern füttern müssen. Das haben wir ja bereits. Oder wissen wir ja bereits. Und wir haben jetzt tatsächlich dann hier noch die zwei Quests mit dem, äh, ja, Geschicklichkeitslauf, Glückslauf, wie auch immer man das nennen möchte. Hier unter anderem das einmal. Ich probiere es mal mit langsam, aber ich glaube, mit langsam wird es tatsächlich nichts. So. Man hat da jetzt so 10 Sekunden Zeit, man muss sich da eigentlich echt beeilen. Und das war's schon. So. Dafür brauchen... Dieser Bär ist nicht nur zahm, leider ist der auch noch lahm. So, das war's leider hier bereits. Okay, wir gehen dann einmal... Wir probieren mal das andere. Da kriege ich nicht ganz so viel Schaden, glaube ich, wie bei dem hier. Man kann übrigens ein kleines Stück, kann man logischerweise auch springen. Aber halt nicht so viel. Ich würde hier kurz mal noch auf jeden Fall, bevor wir ganz drauf gehen, hier erstmal wieder das Zeug mitnehmen. Die Honigwaben einmal auffüllen, nach Möglichkeit. Ich könnte auch jedes Mal zu Bottles gehen und da meine Honigwaben übrigens auffüllen. Das würde, glaube ich... Ich glaube, der macht das immer, wenn wir zu ihm gehen. Problem ist, er ist am Anfang der Map. Ich müsste jedes Mal zum Anfang der Map laufen. Können wir auch mal ausprobieren. Weil's wir zu viel Schaden nehmen sollten. So, wir gehen jetzt erstmal schnell nochmal da. Ich würde zumindest gerne die 100 Noten mitnehmen. Weil es sind jetzt bei 95. Die 5 Stück, die kriegen wir auch noch zusammen. So, und zwar, die waren hier dementsprechend drin. Das müssen wir nochmal auslösen. Dann sollten wir... ...die Noten noch zusammenkriegen. Ich glaube doch zumindest, dass die waren hier. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 100. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Übrigens, vielen herzlichen Dank an Johnny Walker. Er weiß wieso. So, okay. Wir probieren jetzt nochmal die Puzzle-Quests. Okay. Dabei ist die andere eigentlich leichter als die hier. Also, das ist die schwerere, weil man einfach den längeren Weg hat und öfters nach unten fallen kann. Irgendwie klappt die hier, aber trotzdem, ich habe das Gefühl zumindest, irgendwie besser. So, und hier oben befinden sich übrigens dann auch dementsprechend die... ...die Krokod... Das war nichts. Die Krokodile. Ja, sehr schön. Keine Noten, äh, kein Leben mehr abgezogen gekriegt. Gut, das müssen wir jetzt nochmal machen. Wir können auch zwischendrin mal die Krokodile, glaube ich, machen. Das nächste Krokodil war ja hier oben. Ah, ne. Es ist noch... Ah, es ist wieder am Anfang. Wir haben das am Anfang nicht ausgelöst. Wir haben das in der ersten Folge gemacht, wo ich zwischendrin gestorben bin. Die Krokodile müssen wir dann logischerweise auch jedes Mal wieder neu auslösen. Das haben wir noch nicht gemacht, so ein Mist. Und das ist halt echt schwierig, weil man nur mit diesem N64-Controller das Ganze hier auch steuern muss. Gut, aber ich will mich ja eigentlich gar nicht so viel beschweren. So, Maul auf. Sehr schön. Lecker Krokodil mag das. Krokodil, Krokodil. So, da oben ist der Nächste. Ich will auch ein leckeres Ei. So, wir probieren jetzt nochmal, aber logischerweise dann auch... Kamera drehen und Lauf ist übrigens auch ein heidles Thema. Wir probieren jetzt nochmal das Puzzleteil. Ich hoffe, wir werden es irgendwann hinkriegen. Wir waren ja schon... Wir waren wirklich fast dort. Am Anfang war mein bester Versuch. Mein erster Versuch, wo ich gedacht habe, komm, das schaffst du eh nicht. Nicht mal ansatzweise in die Nähe. Da klappt es dann am besten, wenn man nicht damit rechnet. So, hier kann man nachjustieren. Wir haben ja insgesamt haben wir eigentlich tatsächlich ein bisschen Zeit zumindest. Wir müssen empfiehlt sich tatsächlich die Kamera dementsprechend nachzu... Immer an der kleinen Stelle. Naja, wir kriegen jetzt gleich wieder eins abgezogen. Sehr schön. Zwei Leben haben wir noch. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Krokodilchen. Beziehungsweise... Wären doof, wenn wir da nicht schnell vorbei... Natürlich. Müssen wir der Honigwabe. Das war es an der Stelle dann auch. So, kurzen Moment. Wo sie verschwindet wieder. Beziehungsweise implodiert. Hallo. Kann man übrigens rückwärts oder vorwärts machen, dass es den Krokodil egal ist. Ach, da oben. Okay. Nächster Versuch aber jetzt erstmal... Ja, wieder hier. So, next try. Wir machen das so lange, bis das funktioniert. Notfalls, ich könnte es auch mal tatsächlich... Ich würde es, glaube ich, sogar offline probieren. Wir haben jetzt hier 100 Nonen eingesammelt. Das heißt, ich müsste hier tatsächlich ja dann nur die Nol... Also, nur die beiden Puzzleteile nochmal versuchen zu kriegen. Es ist eine... Es ist eine Geschicklichkeitsfrage. Ohne... Immer an der gleichen Stelle. Ohne Zweifel. Ist allerdings auch so... Ach, Gott sei Dank. Ist allerdings auch so... Ja, wenn man es 20.000 Mal probiert, irgendwann funktioniert es das auch einfach. Okay, wir müssen nach da hinten. Wir machen jetzt die Krokodile noch, würde ich sagen. Und ich probiere diese zwei Puzzleteile. Es ist ja klar, wie man da rankommt. Es ist eigentlich an und für sich kein Hexenwerk. Es ist tatsächlich einfach nur Glück oder wie man gerade läuft. Oder man hat Talent dafür. Ich habe keins. Aber ich werde sie mir, glaube ich, tatsächlich offline holen. Die Dinger. Na, übrigens... Wenn das passiert... Ja, landen wir im Wasser. Was sehr schön ist, weil wir jetzt nur noch ein einziges Leben haben. Das heißt nämlich, das Problem ist nämlich das Spiel... Also, wenn die Sequenz wechselt, geht das Spiel nicht einfach weiter. Das heißt, man stürzt dann einfach dementsprechend ab. Was mega kacke ist. Wäre schön, wenn da mal... Ja, wenn da eine Honigbarbe rauskommen würde. Es wäre hilfreich. Okay, vor dem Krokodil. Jetzt wird es spannend. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, Gott sei Dank. Ich bräuchte irgendwo... Ich glaube, das ist es mir wert, oder? Das ist es mir tatsächlich wert. Drei... Zwei... Eins... Ja. Jetzt ist die Frage, probieren wir es oder probieren wir es lieber nicht? Ich glaube, wir probieren es lieber nicht und nehmen tatsächlich nur das Puzzleteil so mit. Äh, wo muss ich denn lang überhaupt? Ah, doch, hier hinten, glaube ich. Hier, oder? Ja, hier ist es. Wir nehmen tatsächlich... Boah, nur die Krokodile mit. Und lassen den Mist hier. Ich habe Angst, dass ich sonst draufgehe. Äh, das war... Doch, das war hier hinten. Ah, da ist es doch. So, ich hoffe, das war das Letzte. Nein. Ja. Nein, einmal noch. Okay, bei der Schildkröte, man zieht es ganz leicht am Rand, hat man es gesehen. Wir müssen zur Schildkröte. Ne, die Po... Na, oben den Bienenstock haben wir leider auch schon abgefrühstückt. Ich habe eigentlich nur Schiss, dass ich nochmal irgendwie hier ins Wasser reinfalle. Äh, da. Und zwar links oder rechts. Das war offensichtlich die falsche Seite. Da ist die richtige Seite. Ingo. Ah, das war es auch. Wunder, wunderschön. So, die Folge ging jetzt echt lange, aber wir haben es geschafft. Äh, wie gesagt, ich mache die beiden Dinger. Versuche jetzt dann nochmal offline zu machen. Ich glaube, wir werden es nicht mehr hinkriegen. Wir können es jetzt noch einmal probieren. Wenn wir sterben, ist es relativ egal. Äh, ich... Ja. Okay, das war es jetzt dann sowieso. So, wenn wir dann nochmal... Wenn wir jetzt dann runterfallen sollten, war es das nämlich. Wir probieren es jetzt noch einmal. Dann würde ich allerdings die Folge beenden. Und ich würde mir die zwei Puzzleteile tatsächlich dann im Nachhinein nochmal versuchen zu holen. Äh, wenn ich Zeit und Geduld habe. Ich habe momentan keine Geduld. Zumindest nicht heute. So. Ich würde zumindest gerne über die Stelle mal wieder hinauskommen. Das hier schaffen wir noch. Das hier auch. Oh, okay. Nein. Okay, das war es. Ich sollte da, glaube ich, den Lauf beenden und normal drüber laufen. Das wäre sinnvoller. Okay. Wir probieren es... Oder ich probiere es nochmal offline. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Das war es für die Folge. Ihr kriegt dann in der nächsten Folge Bescheid, ob ich es geschafft habe oder nicht. Lasst mir ein Gefällt mir da. Abonniert mich, falls ihr noch nicht abonniert. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.